Guten Morgen, willkommen zurück. Wir sind noch in der Welt mit... äh, was wollte ich jetzt sagen? Vergessen. Egal, wir sind auf jeden Fall hier und wo wir das letzte Mal so glorreich gestorben sind, weil da so ein paar Skelette gekommen sind mit Zielen. Hey. Ach komm, kaum fang ich an, schießt ihr schon wieder auf mich. Lass mich nicht mal ausreden. Also was soll ich sagen? Ah ja, es sind Skelette kommen mit zielsuchenden Rack-Käden. Und dann die laufen jetzt schon wieder ganz nach hinten. Und ich hab sie... nein, ich hab sie noch nicht aktiviert. Jetzt hab ich einen Moment lang Angst gehabt, dass ich zu nah hingelaufen bin. Oh, geh weg. Hätte ich das nochmal aktiviert? Oh, das wäre unangenehm gewesen. Vor allem, weil da schon Gegner sind und... und... ja, geh weg. Oh, ihr sterbt aber... ah, ne? Ihr sollt weggehen. Weg. Zisch ab. Oh, Mann. So. Du auch noch, komm. Sterb. Bleib tot. Health. Health. Health, 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 health. Munition, Munition und... Ich will nochmal da rauf. Will ich da nochmal rauf? Klopp schon. Hopp, rauf. Und was? Ich hatte euch doch getötet. Was soll denn der Mist? Und da rauf komme ich nicht. Warum komme ich da nicht rauf? Ja, da, ja. Wir wollen speichern. Dieses Mal wird gespeichert. Und wir nehmen... das Kaliber. Stirb. Komm, stirb. Na, guckt doch dumm, he? Und... ach, komm, ihr könnt doch eh nix. Ihr könnt nur so dumm hin und her laufen und... ...euch erschießen lassen von mir. Ach, soll das so viele werden? Da wäre das alles viel einfacher und... ...so, was wollte ich jetzt machen, was... Ach, ja, da rein gehen. Ah, die Tür geht auf. Sehr schön. Ist da noch was? Ein Geheimgang. Geheim versteckt? Nein. Kein Geheimgang. Wäre auch zu offensichtlich gewesen. So, was ist da noch? Oh. Keine Gegner? Kein Gegner? Kein Geheimgang. Dummes, hässliches... ...ja, keine Ahnung. Kuhgesicht oder was auch immer du bist. Und... ...das kommt mir merkwürdig vor. Ah ja, mach doch gleich ein Schild. Hier hinlaufen für ganz viele Gegner. Ah, komm. Das ist so offensichtlich. Oh ja, Munition. Und was ist das? Doppel-Health. Rüstung brauchen wir noch nicht. Nein. Wie? Kein Gegner? Was ist das denn für langweilige Mist? Hä? Komm. Ich krieg die Tür aber nicht mehr auf. Äh. Okay, wo ist der Haken? Ich hab den Haken gefunden. Ich hab ihn gefunden. Ich wusste doch. Das stimmt irgendwas nicht. Was war das alles? Mehr könnt ihr mir nicht entgegenwerfen? Hä? Wie lächerlich. Mal doch mit links fertig. Hä? Ist das alles? Oh. Absolut lächerlich. Lass nach. Tschüss. Und noch eine. Und Geheimtür. Nein. Keine Geheimtür. Da ist eine. Oder ja, was heißt Geheim. Eine sehr offensichtliche Geheimtür. Eine nicht so geheime Geheimtür wie andere Geheimtüren. Äh. So ein Schmann. Aber das sind bloß die Normalen. Hier komischen grünen Haarversuren. Warum haben die alle so einheitlich grün? Sehr. Unkreativ. Ich muss hier also raus. Okay, hallo. Oh. Das ist Mühe. Da. Die mit dem doppelter Kinoverkopf. Geheimtür. Oh nein. Geheimtür. 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 Puh. Und tschüss. Was ist da drin? Das Klo? Plumpsklo. Sieht so aus. Und wir haben das Plumpsklo gefunden. Ein Geheimschalter. Für eine geheime Tür. Und was ist das? Kann das auch betätigen? Nein. Es klotzt mich bloß blöd an. Was auch immer du bist. Ja. Auch nicht so dumm anzuklotzen. Und ganz schnell. Ganz schnell. Und jetzt? Was haben wir davon? Jetzt sind ja noch mehr Gegner. Und die Tür ist wieder zu. Ganz toll. Das ist ja ausgezeichnet. Und scheiße drin dann irgendwie nur noch mehr Gegner. Und wir gewinnen dann das, was wir dann helfen. Verlieren, um die Gegner zu töten dann wieder oder so. Oder wir kommen einfach hier raus. Könnte natürlich auch sein. Was ist das? Mal mit, Kitty. Verschwenden wir sie doch einfach mit. Ganz wenig Energie. Wieder auffüllen. Jetzt sind wir so in den engen Gang stehen müssen. Ich hasse es. Ich hasse es. Geh weg. Oh, du triffst mich gar nicht. Helme. Noch einer. Der trifft mich. Oh, der trifft mich nicht. Ich bin untreffbar. Ich bin unbesiegbar. Hey. Okay, jetzt würde ich größenwahnsinnig. Was ist da noch? Nichts. Davon auch allerhöchstens die Hälfte. Hopp. Aufwärts. Aufwärts. Oh. Oh. Mir will gar nicht gefallen, was ich da drüben seh. Ui. Ui. Ich bin noch nicht drauf. Hab ich doch schon mal gesagt. Also halt auf damit. Bist du tot? Bist du tot? Nein. Oh, du fetter Fettsack. Stirb. Geht doch. Noch wo? Nein. Blue Key. Keine Gegner. Backpack full of ammo. Yeah. Jetzt ist man richtig gut ausgerüstet. Und wie komme ich da rüber? Ausgezeichnete Frage. Nee. So nicht. So. Oh. 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 Noch ein paar mehr. Na ja. Noch mehr. Komm her. Geh weg. Komm her. Bleib weg. Bleib tot. Bleib tot. Bleib einfach tot. Und was ist hinter der Tür? Oh. Das ist ein Schalter. Huuu. Gegner. Und der Schalter ruft Gegner hervor. Verdammt. Verdammt. Laufen. Laufen. Nur nicht stehen bleiben. Nur nicht stehen bleiben. Das hat mich jetzt überrascht. Ich dachte das wäre eine Tür die aufgeht. Und dann steht dahinter vielleicht ein Gegner. Klasse. Verarsche hoch 10. Ich brauche noch ein wenig Hilfe. Ich will noch ein wenig Hilfe. Dazu muss ich. Wo muss ich denn da hin? Da muss ich hin. Ich will noch ein wenig Hilfe. Holen wir uns noch die Rüstung. So. Wo war die jetzt? Uuuu. Schlechtes Gedächtnis. Sehr schlechtes Gedächtnis. Die war da hinten oder? Wo warst du da hinten? Jupp. Holen wir uns noch schnell. Sind wir optimal drauf vorbereitet. So. 8% mehr Rüstung. Bisschen Munition. Ja. Das sieht doch ganz gut aus. So. Jetzt gehen wir. Gehen wir da raus. Warum auch immer. Warum mache ich das? Das ist doch viel längerer Weg. Irgendwie schon. Na egal. Gehen wir den längeren Weg. Wir haben sie nicht. So lang. Eilig. Hui. Und. Ha. Jetzt kommen wir noch mal Gegner. Ich glaube es hackt. Stirb. Ach komm. Was muss ich da machen? Hä? Äh. Okay. Jetzt bin ich. Ah. Okay. Kapiert. Ich muss durch die Tür gehen. Den habe ich da übersehen. Es gab noch Gegner. Es gab noch Gegner. Und die Zitadelle. Yeah. Und. Hey Moment. 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 Die kenne ich doch.